Was jetzt? Ich... Ich... Ich will nur, dass du weißt, dass du mir sehr, sehr wichtig bist. Das ist ganz ehrlich, wirklich. Aber... Aber da ist was ganz schrecklich schief gelaufen. Aber ich weiß auch nicht, wie ich dir das jetzt erklären soll. Du bist so höchst. Warum tust du das? Ich liebe dich. Was bist du eigentlich für ein Arschlauch? Das erzählst du vor allen anderen, dass du mich nur flachlegen willst und jetzt erzählst du mich hier die Ohren voll. Bist du ein Sadist, oder was? Macht es wirklich Spaß, mich zu quälen, ne? Lydia! Hör auf! Ich will dich nicht mehr sehen! Idiot! Idiot, Idiot!